Hallo und willkommen zu einem kurzen Wahlaufruf. Ich wurde für den YouTube Video Award nominiert und würde mich sehr freuen, wenn ihr für mich abstimmt. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, seine Stimme abzugeben. Und zwar die erste und einfachste, wie ich finde, ist, schreibt eine Nachricht an den Kanal. Den Link habe ich hier mal eingeblendet. Auf der Kanalseite auf Info klicken, dort findet ihr den Button Nachricht senden. In die Nachricht schreibt ihr dann Rob spielt mit Train Simulator Let's Play. Es gibt noch weitere Wahlmöglichkeiten, und zwar per E-Mail. Und zwar schreibt ihr eine E-Mail an ytaward at googlemail.com. Ich habe die E-Mail-Adresse hier mal eingeblendet. Darin sollte dann auch halt Rob spielt und Train Simulator stehen. Und die dritte Möglichkeit ist, auf Facebook der Gruppe für den YouTube Video Award beizutreten und dort zu wählen. Das braucht aber immer eine Bestätigung des Gruppenerstellers. Ist ein bisschen komisch gemacht bei Facebook, aber wenn ihr das machen wollt. Die ganzen Informationen dazu und die Links findet ihr in der Videobeschreibung. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir diesen kleinen Pokal gewinnen würden. Und ja, viel Spaß beim Wählen.